Okay, okay. Wie reden wir ihn denn an? Das ist schon aufgenommen. Ja, wie reden wir ihn denn an? Jesusmann. Du, Jesusmann. Hast du noch Jesusmann denn? Auf jeden, Jesusmann ist gut. Okay, Jesusmann. Jesusmann von der Hanfparade. Kannst dich noch an uns erinnern? Sag doch! Du sitzt nur im Hintergrund so auf mich. Ich bin dein Bodyguard. Ich muss immer im Hintergrund stellen. Also, wir wollten uns erstmal ganz Dicke bedanken für die geilen T-Shows, die du uns geschenkt hast. Und uns somit 12 Euro erlassen hast. Das war sehr aufmerksam von dir. Aufmerksam. Sag doch mal. Aufmerksam. Aufmerksam ist nicht zu geil. Okay. Lass, jetzt bist du dann. Du bist... Du hast dich da jetzt bedankt. So, wann machen wir jetzt? Musik nicht. Abstehen. Nein, wir müssen doch auch... Wegen Jesus-Tag. Ach ja. Ja, Jesus-Tag. Jesus-Tag, los. Wann ist denn das? Na, das war doch irgendwie am 11. September, meintest du. Oder Freitag. Dann wollen wir mal wissen, wann es ist und wo es ist. Quasi... 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 Erhoffen wir uns von dir eine E-Mail? An die Absenderadresse? Wo diese Daten drinstehen? So... Machen wir jetzt los, was? Ja. Also dann... Quasi... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja.